In einem Spiel, in dem St. Anna viele Chancen gehabt hat und in einem Spiel, in dem der DSC schlussendlich bewiesen hat, zu was er fähig ist. Ein großes Kompliment aber auch an St. Anna am eigenen. Sie haben hier bewiesen, dass sie mithalten können mit den Regionalligisten der Steiermark. Sie haben super gespielt, die Chancen gehabt. Gefeiert wird jetzt aber.